Herzlich Willkommen bei den Bruder Games und wir wollen euch jetzt einen anderen kleinen Glitch zeigen, den ihr auf dieser Map gebt. Ähm, und wie es aber nicht ob der gleich funktioniert, wir probieren den jetzt auch selber mal zum ersten Mal raus. Markus wird gleich kommen mit den Glitch zu machen und zwar geht es darum, dass wir, ich werde jetzt glaube ich gleich sehen, nach oben springen. Guck mal, Markus, was ihn diesmal schafft. Oh, Leute, unglaublich, habt ihr das gesehen? Guck mal, ich gehe jetzt hier in der Kamera, hier ist er oben, er ist da wirklich. Komm, spring mal durchs Fenster raus und komm mal unten wieder rein. Es ist unglaublich, dieser Glitch, dadurch findet ihr sowas von als Verteidiger einfach oben, wenn ihr umverteidigen müsst. Die Leute über dem Bad überraschen, das ist unglaublich. Dankeschön, Markus. Ich gehe mal oben in meine Drohne, ich gehe mal oben in meine Drohne, probiere mal nochmal. Ich gucke mir jetzt nur über die Drohne zu. Der hat es geschafft, unglaublich und so sieht es aus, aus der Kameraperspektive, wenn er hochkommt. Das ist unglaublich der Glitch und dadurch kann er dann einfach hier, die Leute einfach überraschen, reinkommen, von hinten flanken, wahrscheinlich auch über das Fenster rausspringen. Das ist unglaublich. Wenn euch der Glitch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. War von dem Guter Games. Danke nochmal an Markus, er packt sein Schild wieder ein und wir gehen nach Hause erstmal ein Eis essen. Komm los, go. Bis dann!